Gott Danke, wie ihre Herzen Veränderung durchlaufen und er gibt ihnen den Trost, den sie brauchen, ermutigt sie und führt sie. Für den einen, der ihn liebt, für den einen, der folgt, dem wird Gott nichts vorenzhalten, all seine Segnungen werden sich entfalten. Er gibt ihnen allen Gnade, seine Barmherzigkeit fließt breit, was er hat und was er ist, gibt er ohne Vorbehalt. Obwohl die Menschen seine Gedanken ignorieren, führt Gott sie im Licht. Versorgt sie und hilft ihnen und bittet sie, seinem Weg zu folgen, sodass sie von seiner Hand empfangen können, das wunderschönste Ziel vorgesehen. Für den einen, der ihn liebt, für den einen, der folgt, dem wird Gott nichts vorenzhalten, all seine Segnungen werden sich entfalten. Er gibt ihnen allen Gnade, seine Barmherzigkeit fließt breit, was er hat und was er ist, gibt er ohne Vorbehalt. Er gibt ihnen alle Gnade, seine Barmherzigkeit fließt breit, was er hat und was er hat und was er hat. All den Schmerz offenbart, den er erträgt, noch seinen eigenen Gemütszustand. Keine Beschwerde wird gehört werden, wenn keiner sich sorgt oder versteht. Für den einen, der ihn liebt, für den einen, der folgt, dem wird Gott nichts vorenzhalten. All seine Segnungen werden sich entfalten. Er gibt ihnen allen Gnade, seine Barmherzigkeit fließt breit, was er hat und was er ist, gibt er ohne Vorbehalt. Was er hat und was er ist, gibt er ohne Vorbehalt. Was er hat und was er hat und was er ist, gibt er ohne Vorbehalt. Youtubest du stata? Jungser